Herzlich willkommen an der Luise-Bronner-Realschule. Mein Name ist Caroline Jesser und ich bin hier die Schulleiterin. Ich freue mich sehr über euer und ihr Interesse an der Schule und möchte sehr gerne einladen zu einem kleinen Rundgang durch die Schule. Ich freue mich sehr. Der Physiksaal ist 2019 renoviert und neu ausgestattet worden mit einem Beamer, einem Smartboard und Laptop. Ebenso gibt es einige Materialien zum Experimentieren. Hallo und herzlich willkommen im Fachraum für Biologie und Chemie. Das war gerade ein Chemie-Experiment. Hier sind ganz viele Bio-Exponate aufgestellt. Zur linken des Fachraums findet man die Chemie-Abteilung für die Schüler, an denen sie sich für die Experimente selbst bedienen dürfen. Der Chemie-Raum ist ausgestattet wie der Physik-Raum, ist vier Jahre älter, aber genauso gut. Guten Tag, hallo. Ich würde euch gerne einen von zwei Räumen vorstellen. Diese sind medial relativ gut ausgestattet. Und zwar ist vorgesehen, dass jeder Raum einen Fernseher, ein Tablet, Laptop und Dokumentenkamera hat. Mit diesem können wir eben Arbeitsblätter oder auch unseren Unterrichtsinhalt direkt an den Fernseher spiegeln. Hallo, hier seid ihr. Wir sind Sie im Büro der Schulsozialarbeit angekommen. In der Schule gibt es ja außerhalb von Mathe, Englisch und anderen Fächern und dann ja auch noch andere Dinge, die man vielleicht gerne besprechen möchte. Und das kann man dann hier tun. Hi, ich bin Jerome. Das ist unser Technikraum. Hier arbeiten wir wirklich noch praktisch. Ich bin emoji. Untertitelung des ZDF, 2020 Herr Bauer steht zu festen Zeitpunkten den Schülerinnen und Schülern, die einen Abschluss machen zur Seite und berät sie in Bezug auf ihre Berufswahl. Die Zusammenarbeit zwischen Luise-Bronner-Realschule und der Paul Meile-Schule besteht schon seit neun Jahren. Zwei Klassen der Paul Meile-Schule kooperieren mit einer Partnerklasse der Realschule in verschiedenen Fächern. Im Jahr 2015 wurde die kooperative Organisationsform mit dem Inklusionspreis der Bürgerstiftung Heilbronn ausgezeichnet. Ja, herzlich willkommen in meinem Büro. Ich darf mich kurz vorstellen. Ich bin Monika Pokorakosik, stellvertretende Schulleiterin hier an der Luise-Bronner-Realschule. Ich bin Monika Pokorakosik, stellvertretende Schulleiterin hier an der Luise-Bronner-Realschule. So, nun hoffe ich, dass euch und Ihnen die Einblicke in die Luise-Bronner-Realschule gefallen haben. Hinweisen möchte ich noch zu zwei Online-Informationsveranstaltungen, zu denen Sie sich über die Homepage anmelden können. Ebenfalls finden Sie auf der Homepage das Anmeldeformular für die Schulanmeldung im März. Außerdem freue ich mich dann auf ein persönliches Kennenlernen bei der Einschulung im September. Bis dahin wünsche ich euch und Ihnen alles Gute. Bis dahin wünsche ich euch und Ihnen alles Gute.